Da sind wir wieder, ich kriege Mikros, da, die werden eingebaut in die Säckchen, damit man mich ordentlich hört. Wie war es heute? Wie war es heute? Bestes Publikum! Es lebe die Jugend! Geiles Publikum, danke schön, super Show! Bis morgen! Bis morgen! Wir haben Feierabend! Tschüss! Wow, das war heute schon wieder so eine coole Show. Max! 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 Ja, fein, wo ist der Max? Wie war es heute? Wir waren toll, wir waren toll, das Publikum. Das Publikum scheint diese Woche darum zu betteln, wer das beste Publikum aller Zeiten ist. Heute definitiv auch in die Liste aufgenommen. Tolle Vorstellung, danke! So, wunderschöne Show gehabt. Guckt mal, wie gut die Stimmung nach der Show dann auch immer noch ist. Hier läuft das Finale übrigens, die Leute applaudieren. Feierabend! Schon wieder tolles Publikum heute, tolle Woche! So, das war die erste Show für heute. Publikum applaudiert noch. Sehr schön gewesen. Jetzt stärke ich mich und dann geht es hier direkt weiter mit Show 2 um 19.30 Uhr. Bis gleich! Wer ist dabei? Schreibt mir, ich freue mich auf euch! So, bitte, ich schwum, ein Bach소리가! Wie, ich freue mich auf euch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020